Hightech im alten Ägypten, völlig verschwurbelter Unsinn oder ist da irgendwas dran? Also in diesem Video hier möchten wir uns mit Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel der Sache hier oder auch dem hier oder auch dem hier und möchten dann einfach mal schauen, ja welche Beweise gibt es denn dagegen, also gegen diese These, dass Hightech oder eine hohe Technologie irgendwie zum Bau, zum Beispiel der Pyramiden genutzt wurde oder für bestimmte Dinge, die man da findet in Ägypten und welche Punkte sprechen denn dafür, dass sowas genutzt wurde. Ja und damit jetzt erstmal ein herzliches Willkommen hier bei Faith.Science, ich bin der Jascha Schmitz und auf dem Kanal hier sind wir unterwegs oder Ziel des Kanals ist es dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen und da speziell Bereich Glauben und Wissenschaft, aber wir hinterfragen hier eben auch andere Dinge ganz unzensiert, also sowohl Glaubensfragen, die Bibel, Forschung, Geschichte und hier in dieser Reihe sind wir jetzt bei der Thematik Geschichtsforschung und da eben speziell im alten Ägypten. Da haben wir angefangen mit zwei Videos, wo wir uns schon mit der Pyramide beschäftigt haben und da haben wir uns dann zum Beispiel diese Sachen hier angeguckt, falls du dabei warst. Ansonsten verlinke ich die Playlist nochmal. Aber da haben wir uns eben damit beschäftigt, ja wie ist überhaupt die Pyramide aufgebaut und was gibt es denn da für Kuriositäten innerhalb der Pyramide? Und das habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt, weil diese Menge an Steinen alleine, die da genutzt wurden, dieses, also jetzt die Kiobs Pyramiden, die große da halt zu bauen, mit diesen geschätzt 2,3 Millionen Blöcken könnte man das Empire State Building 30 Mal bauen. Also das ist schon enorm. Oder eine andere Rechnung sagt, man könnte eine 90 Zentimeter hohe und 30 Zentimeter breite Mauer quer durch die Vereinigten Staaten und zurück verlegen. Also ziemlich krass. Ja, oder was auch krass ist bei der Pyramide ist, dass die auf drei Sechzigstel eines Grades genau nach Norden ausgerichtet ist. Und das war ich, was hatte ich mir hingeschrieben, bis zum Jahr 1667 das am exaktesten ausgerichtete Gebäude der Welt. Da wurde dann das Pariser Observatorium gebaut, das ist exakter noch ausgerichtet. Aber Forscher sagen, ja, diese Abweichung bei der Pyramide kommt vielleicht daher, dass sich die Erdachse etwas verschoben hat in den letzten 4800 Jahren. Vielleicht war die Pyramide sogar noch exakter nach Norden ausgerichtet. Ja, und so gibt es viele Dinge, die einfach völlig kurios sind, die wir uns in den letzten beiden Videos da schon angeguckt haben. Warum wir das hier machen, also das mag einfach die Intention jetzt bei dir sein, dass du sagst, du findest das spannend. Diese Frage, gab es da eine frühere Hochkultur und Technologie, die dahinter steht? Vielleicht bist du aber auch hier bei dem Kanal gelandet durch andere Videos. In vielen anderen Videos spreche ich ja über das christliche Weltbild. Ich bin selbst Christ. Und da wird man auch mit diesen Themen konfrontiert. Denken viele immer gar nicht so drüber nach. Aber die Bibel spricht ja auch davon, dass es halt eine andere Kultur mal gab vor der heutigen und die dann im Grunde genommen durch eine globale Flut oder durch ein globales Ereignis, sage ich jetzt mal, Kataklysmus, dass da so eine Trennung war und in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen aus der Sicht, auch jetzt eben aus christlicher Sicht, eigentlich ganz interessant, sich mal zu fragen, das, was jetzt Christen in der Bibel finden, was auch in anderen Kulturen natürlich aufgezeichnet wurde, also die Sumerer, da ist sowas aufgezeichnet, Babylon, die haben Flutlegenden und so weiter. Und ja, da ist jetzt die Frage, gibt es da Hinweise darauf und gehört vielleicht die Pyramide oder die Sachen, die wir in Ägypten haben, gehören die vielleicht mit dazu? Deswegen wollen wir uns hier in diesem Video um die Präzision im Bau oder auch mit der Frage beschäftigen, gibt es Hinweise auf maschinelle Bearbeitung? Warum wird heutzutage überhaupt Präzision benötigt? Also normalerweise braucht man präzise Sachen bei, jetzt nicht unbedingt bei Bauwerken, wenn du dir dein Haus anguckst, wo du lebst, da wirst du wahrscheinlich merken, die Steine sind mit richtig dicken Fugen da irgendwie zusammengeklatscht und wenn man manchmal irgendwie Küchenschränke aufhängen möchte oder so, dann merkt man auch, dass vielleicht eine Wand ein paar Zentimeter oder ein bisschen schiefer ist oder sowas, in älteren Gebäuden vor allen Dingen. Also da ist nicht immer alles so kerzengerade. Präzision wurde benötigt, oftmals, also eine Sache jetzt, aber wo das so anfing, dass man wirklich auf unglaublich kleine Maßstäbe auch hin optimiert hat, da war einer der Vorreiter Eli Whitney. Ja und warum hat er das gemacht? Wenn man da nachschaut, das war im Jahr 1825 ist er gestorben, geboren 1765 und der hat eine Firma gehabt, wo er sich gesagt hat, Moment mal, für die ganze Kriegsindustrie wäre es doch super, wenn wir bei den ganzen Gewehren, die wir herstellen und Koltz und so weiter, wenn die Dinge genormt wären, damit wir nicht irgendwie jedes Gewehr auf Maß irgendwie einzeln anfertigen müssen. Wir könnten noch mehr produzieren, wenn wir genauere Maschinen hätten, die im Grunde genommen die Teile so herstellen, dass die halt zusammengefügt werden können und dann funktionieren. Ja, also da merkt man da in solchen Sachen bei Maschinen, bei Verarbeitung von beweglichen Teilen, Motoren heutzutage und so weiter, da ist natürlich eine sehr hohe Präzision gefragt. Im Bau eigentlich nicht so, aber das kam durch die moderne Ebene, durch diese Entwicklung, dass wesentlich höhere Abweichungen oder wesentlich geringere Abweichungen auch in Maßeinheiten nötig wurden, auch das auszurechnen. Ja, und deswegen wollen wir uns, warum die Sache jetzt mit der Präzision, wir wollen uns mit hiermit jetzt beschäftigen. Was ist das, was man da sieht oben? Also bei der großen Pyramide sind die weg, aber das sind eigentlich diese Decksterne, die auf der Pyramide drauf waren, die so eine glatte Außenwand bildeten. Und wir haben im letzten Video, oder ich glaube in den letzten beiden, uns schon immer wieder mit den Aufzeichnungen von Flinders Petri beschäftigt, also der Pyramidenforscher. So, der halt, wann war es, 1800 noch was, da wirklich exakt alles Mögliche vermessen hat, innerhalb und außerhalb der Pyramide. Ein dickes Buch, was es dazu gibt, hier zum Beispiel kostenlos auf archive.org, werde ich auch wieder verlinken. The Inside of a Great Pyramid. Ja, und da hat er vieles vermessen und ein anderer moderner Ingenieur, der Christopher Dunn, mit seinen Ausführungen haben wir uns auch schon beschäftigt, der greift in seinen Büchern immer wieder auf Flinders Petries Aufzeichnungen zurück. Und da möchte ich mal was vorlesen, vom Christopher Dunn, was er hier sagt. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass die äußeren Verkleidungsblöcke quadratisch und flach waren, mit einer mittleren Abweichung von 0,25 mm auf einer Fläche von 3,25 Quadratmeter. Also 0,25 mm Abweichung der Blöcke auf einer Fläche von etwas über 3 Quadratmetern. Also weniger als 1 mm, 0,25 mm, unglaublich wenig. Beim Zusammenfügen der Blöcke blieb ein Spalt von 0,5 mm, was mit der Dicke eines Fingernagels verglichen werden kann. In diesem Spalt befand sich Zement, der den Kalkstein so fest verbannt, dass die Festigkeit der Verbindung größer war als der Kalkstein selbst. Er schreibt hier, hier war ein prähistorisches Monument, das mit einer solchen Präzision gebaut wurde, dass man kein vergleichbares modernes Gebäude finden konnte. Noch bemerkenswerter fand ich, dass die Erbauer es offenbar für notwendig hielten, einen Präzisionsstandard einzuhalten, den man heute zwar in Maschinenwerkstätten, aber sicher nicht auf Baustellen findet. Also das ist die Aussage von Christopher Dunn zu den Aufzeichnungen von Petrie, was diese Decksteine da betraf, wie exakt die eben gebaut waren. Er sagt eben hier, ja, auf einer Baustelle ist das heute nicht nötig, so eine Präzision bei Verarbeitung von Maschinen schon. Was sagt er weiter? Obwohl die exakte Präzision, die bei der Herstellung und dem Zusammenbau der großen Pyramide demonstriert wurde, vor einem Jahrhundert wenig Bedeutung gehabt haben mag, gibt es heute viele Menschen, die mit diesen Maßtoleranzen bestens vertraut sind. Ich bin einer von ihnen und habe viele Jahre lang Produkte mit Toleranzen von weniger als 0,25 mm hergestellt. Ich weiß, was nötig ist, um solch engen Toleranzen einzuhalten und es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Wissen, was 0,25 mm aus einer abstrakten akademischen Sichtweise heraus ist, und dem Verständnis, was 0,25 mm aus praktischer Erfahrung heraus ist. Deshalb lache ich, wenn ich höre, dass intelligente Männer und Frauen behaupten, die Pyramide und andere Artefakte seien mit Hammer und Meißel geschaffen wurden. Andere Maschinenbauer, Werkzeugmacher und Ingenieure, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, sind ebenso amüsiert und schütteln normalerweise nur den Kopf. Ja, also wenn du, du, der du jetzt zuhörst, ein Maschinenbauer sein solltest, das wäre super interessant, wenn du dann einfach mal Lust haben solltest, oder Lust hast, mal in die Kommentare runterzuschreiben, was du denn denkst zu diesem, ja, dieser Einhaltung von solchen kleinen Abständen oder sowas. Also, wo ist das nötig, wie kompliziert ist das? Jetzt zum Beispiel diese Angabe, die wir hatten, eine Abweichung von 0,25 Millimeter auf einer Fläche von 3,25 Quadratmetern. Solche Sachen, also schreib gerne mal was rein, wenn du da Gedanken zu hast und vom Fach bist. Wäre auf jeden Fall interessant für die Kommentare. Apropos Kommentare, an der Stelle wollte ich auch mal ein Dankeschön loswerden. Und zwar ein Dankeschön einfach dafür, für alle anderen, die hier schon so viel fleißig reingeschrieben haben und dadurch den Kanal hier unterstützen oder durch ein Abo unterstützen. Oder eben auch diejenigen, die halt bereit sind, hier den Kanal finanziell zu unterstützen, weil da gibt es eben auch einige von euch, die halt sagen, ja, sie geben ein bisschen was. Wer das machen möchte, findet hier im Video unten drunter übrigens Infos, wie ihr mich da unterstützen kannst in dem Kanal. Aber deswegen auch ein riesen Dankeschön an euch, die ihr da eben auch in dieser Hinsicht Kanal unterstützt. An alle anderen super, dass du da bist. Danke für dein Interesse und genau. Und falls du noch kein Abo da gelassen hast, lass doch gerne ein Abo da. Also auch das nochmal ganz kurz als Hinweis. Aber zurück zu Christopher Dunn, der das jetzt hier gesagt hat, mit dieser Toleranz und ja, dass er eben da amüsiert ist, wenn Leute behaupten, das wäre einfach alles nur mit Hammer und Meißel gemacht. Wir haben im letzten Video auch drüber gesprochen, über diese Möglichkeit, dass Kalkstein zumindest gegossen werden kann. Vielleicht war das eben die Möglichkeit, so eine Präzision in Bezug auf Kalkstein zu erreichen. Also da, letzte Video, falls du das nicht gesehen hast. Vielleicht mal einen anderen Kommentar und zwar von diesem Herrn hier. Wo haben wir ihn? Und zwar James M. Hagen. Wo haben wir ihn? Hier, das ist ein kurzes Video von ihm. Das werde ich auch wieder verlinken. Der hat ja, schon beeindruckende Bauwerke fabriziert. Hier zum Beispiel ist, glaube ich, dieses Marta, also eine Zugstation, Train Station, die größte in, jetzt habe ich mir das Bundesland hier nicht hingeschrieben, in Amerika. Auf jeden Fall ein Riesending, was er da gebaut hat. Und hier beschreibt er so ein bisschen, ja, was man da beim Bau jetzt von solchen modernen Gebäuden beachten muss. Und er und der Christopher Dunn, die kennen sich halt. Also Christopher Dunn hatte mit ihm auch Kontakt gehabt beim Schreiben des Buchs. Und hier in der Doku wurde der James M. Hagen halt auch mal befragt zur Thematik, ja, Bau der Pyramiden. Wie das denn so aus Sicht eines Architekten, eines Designers ist, was er dazu sagt. Da auch noch mal Auszüge hier aus dem Buch von Christopher Dunn, er greift hier diese Aussagen vom James Hagen auf, was er jetzt hier in dem Video sagt. Also er schreibt, beziehungsweise der James Hagen sagt, die Ägypter oder wer auch immer die Pyramide gebaut hat, sagt er ernsthaft, in seinem südlichen Tonfall könnten alles bauen, was sie wollen. Seine Bemerkung wird noch bedeutsamer, wenn man sie in dem von ihm dargelegten Kontext versteht, in dem er zugibt, dass es unmöglich wäre, eine große Pyramide modernen Baumethoden zu bauen und daher auch unmöglich mit primitiven Methoden. Das ist das, was er hier in dem Video nachher tatsächlich erzählt. Bisschen weiter hinten und wie gesagt, hier ist jetzt kein Ton, ist eh auf Englisch. Also da der Hinweis in den Links und kannst du dir anschauen. Ich muss mal ganz kurz hier eine Sache umschalten. Weil der Lüfter mal wieder verrückt spielt. Einen Moment, ich versuche es mal, dass wir es so hinkriegen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. So. Er schreibt hier noch weiter, das, worum es mir geht, sagt er, sind die Elemente der Konstruktion und wie sie entstanden sind. Das sind die Kriterien, mit denen ich mich in meiner Welt beschäftige und das sind die Kriterien, die ich auf die große Pyramide anwende. Die Präzision, mit der die Pyramide gebaut wurde, hat Hagen verblüfft. Er versteht nicht, warum diese Art von Präzision notwendig sein sollte. Moderne Gebäude erfordern diese Art von Genauigkeit nicht. Also gibt es auch keinen Grund, dies zu tun. Jetzt nochmal Zitat. Warum also, überlegt er, haben sie versucht, dies zu tun, dies zu erreichen? Das ist das erste Rätsel. Seine praktische Erfahrung ist von einer Ehrlichkeit und einem Ehrgefühl geprägt, das über die vielen Amateure hinausgeht, die im Gegensatz zu ihm behaupten, zu wissen, wie die ägyptischen Pyramiden erbaut wurden und eine glaubwürdige Unterstützung für diejenigen darstellt, die in diesem Bauwerk immer noch ein Geheimnis sehen und nach Antworten suchen. Ja, also da ist, wie gesagt, dieser James Hagen jemand, der die Sache nicht klären kann, obwohl er halt Architekt ist und ziemlich beeindruckende Bauwerke halt fabriziert hat. Ich glaube, hier habe ich es nochmal verlinkt, also diese, so eine komplette Untergrundzugstation auf etlichen Ebenen irgendwie zu bauen, so einen Untergrundbahnhof und sowas, mit allen möglichen Sachen, die dann dazugehören, ist halt keine Kleinigkeit, das ist natürlich klar. Also da muss man schon Ahnung von seinem Handwerk haben und ich glaube, was er in dem Video auch sagt, ist, dass sie diese Station hier, diese Bahnstation eigentlich so auf einer Lebensdauer von 100 Jahren ausgerichtet hatten und auch viel Granit verbaut haben und so weiter, aber ja, da ist die Pyramide natürlich ein bisschen älter. Also, zumindest schon mal interessant, diese Präzision, die im Bau da verwendet wurde an bestimmten Elementen der Pyramide wie den Decksteinen, die ist heute im Bau normalerweise nicht vorhanden oder ist nicht vorhanden, also muss man einfach so sagen. Jetzt kommen wir zu der Sache hier und zwar Bohrungen. Ja, und da sagen ganz viele so, ja, Bohrungen, diese Bohrlöcher sind doch ein definitiver Hinweis darauf, dass irgendwelche Maschinen genutzt wurden. Das gucken wir uns jetzt mal an und hinterfragen das mal. Also, der Flinders Petrie, der schrieb in seinem Buch, da sagt er, in Beresh gibt es ein noch größeres Beispiel, wo eine Plattform aus Kalksteinfelsen mit Rohrbohrern von etwa 18 Zoll Durchmesser abgetragen wurde. Die kreisförmigen Rillen, die sich gelegentlich überschneiden, beweisen, dass dies nur geschah, um den Felsen zu entfernen. Also, er beschreibt hier, dass Bohrungen durchgeführt wurden, um Felsen zu entfernen. Hier ist natürlich sehr groß, aber wir nehmen mal ein anderes Beispiel aus dem Ägyptischen Museum von einem Video. Da ist hier ein Granitstück, also, wo von oben reingefilmt wird und da sieht man, hier sind überall kleine Bohrungen gemacht worden. Also, da sind wie so Zylinder rausgebohrt worden und dann weggebrochen worden, um hier diesen Granitstein nach und nach auszuhöhlen, um diese Vertiefung halt hier reinzubauen. Das wurde jetzt noch nicht geglättet innen drin und so, aber da hat man eben dann irgendwie reingebohrt, um diese Vertiefung im Granit herzustellen. Nochmal, Granit ist eins der härtesten Materialien, die es so gibt in der Steinverarbeitung. Wird heute geschnitten mit Drähten, die mit so einer Art, also nicht mit Diamantstaub, aber was vergleichbar hart ist, sind die beschichtet und die Drähte werden darüber gezogen. Das wird halt mit der Technologie heutzutage geschnitten, unter anderem, also auch mit Sägen und sowas. Genau, Sägen, Bänder, was auch immer. Aber hier ist eben die Frage, wie wurde das denn früher gemacht? Also hier sehen wir eben, so wurde jetzt in Granit wurden Vertiefungen reingemacht, um halt Granit sozusagen auszuschachten oder da irgendwie Formen reinzuschneiden. Ich klicke mal zum nächsten Video, das ist nämlich auf dem Gise-Plateau oder halt auch in anderen Bereichen Ägyptens, findet man überall auch Granitblöcke, wo man dann richtig hier diese Bohrlöcher drin hat und was man da gerade sah oder auch hier sieht, ist, dass überall so kleine, feine Rillen hier sind. Also hier sieht man eben, wie da reingebohrt wurde und man sieht es eigentlich glaube ich ganz gut hier im Video, diese feinen Rillen, die halt bis unten hin führen, wo dann dieser Bohrkern, der mittlere, der wurde dann halt rausgebrochen. Sowas findet man da und der Christopher Dunn schreibt in seinem Buch aufgrund der Rillen dieser Bohrkerne, die man da sozusagen dann gefunden hat. Also wo hatte ich ihn? Hier. Also diese Rillen hier. Da gibt es die Behauptung von Flinders Petri, dass diese Rillen ungefähr einen Abstand so von zwei Millimeter haben und dass die halt zylindermäßig nach unten gehen würden, also spiralförmig um den Zylinder herum nach unten führen und man sozusagen ausrechnen könnte, okay, mit einer Umdrehung dieser Bohr, dieses Bohrkopfes, den die alten Ägypter gehabt haben müssen, wäre sozusagen zwei Millimeter in das Granitgestein hineingebohrt worden. Das wäre laut Christopher Dunn, wenn man das mit heutigen Möglichkeiten vergleicht, in Granit solche Löcher zu bohren, wäre das 500 Mal schneller als heute. Also wenn das stimmt, dass diese Rillen hier spiralförmig nach unten gehen und zwei Millimeter Abstand haben und so, dann könnte man dann darauf schließen, dass das halt 500 Mal schneller gebohrt wurde, als heute sowas gemacht wird. Ja und da ist jetzt mal so die Sache, okay, also auch wenn man da Liebeäugelt mit der Überlegung, dass es halt eine Hochkultur gab früher mal, muss man natürlich trotzdem offen bleiben, auch dafür, wie man bestimmte Sachen vielleicht auch mit einfachen Werkzeugen hinbekommen könnte und das sollte man schon hinterfragen. Da gab es übrigens letztens auch bei Nuo Viso, falls du das nicht kennst, muss ich auch mal unten verlinken, Nuo Viso oder jetzt Nuo Flix, wenn du danach googelst, Nuo Flix, da gab es ein Video mit Dominik Görlitz unter anderem und Hans Jelitto, kommen wir noch drauf, wo auch die Thematik war Steinbearbeitung im alten Ägypten und der Dominik Görlitz, eben ein Experimentalarchäologe, versucht auch immer zu zeigen, wie man halt ja solche Dinge vielleicht auch mit normalen, einfachen Mitteln replizieren kann. Und was ähnliches hatte ich gefunden von einem russischen YouTuber oder auch Wissenschaftler. Wo habe ich den? Moment, worum nachempfohlen ist es das hier? Kurz gucken. Ja. Genau. Also hier haben die nämlich im Grunde genommen ein Kupferrohr gehabt, hier unten. und das hier mit so einer Schwungscheibe verbunden, also hier ist ein schwerer Stein dran und dann schleudert er das und unten ist es halt in einer Holzhalterung so gesehen drin, die auf Granit liegt und dann wird mit Wasser und einem Sand gemischt, ganz feiner Sand, wie so eine Art Schmirgelmasse erzeugt und durch diese Drehbewegung dreht sich dieses Kupferrohr immer weiter in den Granit hinein. Das ist die Methoden, die Sie hier ausprobiert haben und ich glaube, er sagte hier so nach 40 Minuten, genau, nach 40 Minuten hatten Sie diese Tiefe hier erreicht, Zentimeter oder sowas, also mit dieser alten Technik, so gesehen, in Anführungszeichen alte Technik, also eine Technik, die man halt per Hand machen kann und wo man tatsächlich in Granit dann reinbohren kann und er erklärt dann hier einiges dazu und was interessant ist, am Ende des Videos zeigt er das auf, dass das Kupferrohr, was sie verwendet haben, zwar dünner wird, weil es selbst auch mit abgeschliffen wird, aber das hält das aus, also da haben sie nachher fünf Zentimeter tief gebohrt gehabt, dann sah das Rohr danach so aus. Das Rohr war etwas dünner geworden, das misst er hier gerade aus und im Grunde genommen sagen sie ja, also man kann tatsächlich mit Kupfer arbeiten, das Kupfer wird da jetzt nicht komplett weggescheuert oder so, sondern das funktioniert schon, da eben ins Gestein mit reinzuarbeiten, wie gesagt, fünf Zentimeter tief gebohrt und die Bohrungen, die sie durchgeführt haben, wenn man sich das dann aus Nähe anschaut, ist das ganz interessant, das erinnern wir uns nochmal hier an das Bild, also das hier war aus dem alten Ägypten, eine Bohrung, wo man hier eben diese Querrillen hat, im Bohrkern, jetzt gucken wir mal, was die beiden hier zeigen, na, finde ich es, da ein bisschen näher dran, ich glaube, jetzt zeigt das vom Namen, ja, genau, da sieht man es jetzt ungefähr, na, also ich hoffe, du kannst es erkennen, ansonsten verlinke ich das Video natürlich auch wieder unten drunter, auf jeden Fall, bei diesem Bohrkern, den sie hier rausgeholt haben, hat man auch diese Längsrillen, diese Querrillen jetzt hier in dem Bohrkern drin, also das sieht genauso aus, wie die altägyptische Bohrung, was sie jetzt hier haben, und sie erklären dann hier auch noch, dass im Grunde genommen, ja, die Form des Bohrlochs, das hat er jetzt hier, glaube ich, noch gezeigt, genau, dass die Form des Bohrlochs auch so ist, wie das eben bei diesen altägyptischen Bohrungen zu finden ist, dass die nach unten sich sozusagen verjüngt, also, das sieht man hier halt ein bisschen, und ich glaube, hier auf dem, ne, hier kann man es auch erkennen, weil sie hier bei dieser altägyptischen Bohrung hier diesen Metallpin reinhalten, und da sieht man eben relativ gut, dass sich das nach unten hin verjüngt, schmaler wird, das Bohrloch, und genau das ist halt bei dieser Methode, die sie hier per Hand gemacht haben, auch zu sehen. Jetzt könnte man sich noch fragen, na gut, ist denn da ein Unterschied vielleicht, dass diese altägyptischen Bohrkerne, dass die doch wirklich diese Spirale haben, die nach unten geht, und auch da muss man leider, wäre ja spannend, wenn es so wäre, wenn da irgendwie jetzt ein Bohrer 500 Mal so schnell wäre wie ein moderner, aber auch da haben sie das untersucht, gleiche YouTuber hier, und hat aus dem ägyptischen oder englischen Museum, war es glaube ich, von diesem Bohrkern, den es da gibt, also einem bestimmten, haben sie halt Aufnahmen bekommen, ringsherum, und haben diese Aufnahmen zusammengesetzt, sozusagen nebeneinander gelegt, um daraus ein Bild zu machen, und dann zu gucken, jetzt hier bei diesem zusammengefügten Foto so gesehen, dann einfach nachgucken zu können, ja ist das so, dass das eine Spirale ist, die nach unten geht, und leider ist es so, dass es keine Spirale ist, ich glaube, das sieht man dann jetzt hier in dem Video, genau, also hier haben sie es mal nachgezeichnet, diese Linien, und da sieht man, nee, das gibt keine Spirale, sondern das sind einfach so Querrillen, die da entstanden sind, bei den Bohrungen, bei der Art und Weise, wie gebohrt wurde, genauso wie jetzt bei der Methode, die sie per Hand gezeigt haben, dieses, mit dem Querrill da, da gab es eben die gleichen Rillen, die auch nicht zylindrisch nach unten gegangen sind, so, also, da sieht man, die antiken Bohrungen sind da identisch mit denen, die per Hand durchgeführt wurden, da gibt es also eine Methode, wie man das per Hand erreichen kann, genau, und ich glaube hier, wo zeigt das nochmal, woher die Querrillen kommen, das zeigen sie hier nochmal, genau, wenn man nämlich jetzt hier runter bohrt ins Gestein, kann das eben passieren, dass ich zwischen hier das Kupferrohr und die Wand sozusagen kleine Gesteinsbrocken dazwischen klemmen und man dreht halt die ganze Zeit weiter und dadurch werden diese kleinen Gesteinsbrocken an die Seitenwände reingeschliffen oder schleifen da die Wand ab und dann gibt es eben nach und nach an diesen Stellen halt überall solche Grillen, die aber nicht zylindrisch nach unten gehen, sondern, ja, ganz einfach dann halt Querrillen sind, die in diesem Bohrkern zu sehen sind. Der Christopher Dunn war in seinem Buch ja auch da drauf eingegangen, hat dieses Video hier wahrscheinlich nicht gekannt und er hatte dann aber eine ähnliche Idee gehabt, wie gebohrt wird. Ich möchte es nur nochmal zeigen. Und zwar, also er hatte die Idee gehabt, dass mit Ultraschall eine ähnliche Bohrung gemacht wird, also auch ein Rohr, was auf den Granit gesetzt wird und dann halt auch gedreht und im Grunde genommen mit Ultraschall in Vibration gebracht wird und dadurch spart man sich halt das Drehen per Hand und man könnte eben auch das Rohr dann zum Bohren nutzen. Und solche Ultraschallbohrer würden die gleichen Spuren hinterlassen, also die würden sich eben auch ins Gestein so reinarbeiten, dass es sich nach unten verjüngt. Ob die diese Querrillen haben, weiß ich nicht, aber ich vermute mal schon, dass das dann ähnlich wäre, wenn es reingedreht wird. Genau, aber man kann es eben auch per Hand hinkriegen. Also diese Technologie zumindest, das geht per Hand. Ist natürlich die Frage, haben sie es per Hand betrieben, diese Drehbewegung oder gab es dann doch irgendeinen Zusatz, um es halt zu automatisieren, dass diese Bohrungen da halt vielleicht, wie es hier gezeigt wird, dass es noch unterstützt wird. Einen Hinweis gibt es darauf von Flinders Petrie, der schreibt in seinen Aufzeichnungen, das konnte ich aber jetzt nirgends nachvollziehen, dass bei den Rillen, die er da findet, dass die Rillen sozusagen im Quarzgestein tiefer sind als im Feldspat. Also Granit ist so ein Mischmasch aus verschiedenen Kristallarten. Da sagt er, im Quarz wären diese Rillen tiefer und das wäre halt laut Christopher dann durch einen Ultraschallbohrer zu erklären, wenn die Rillen da tiefer sind, weil Quarz halt aufgrund der Schwingungen dann anfälliger wäre, obwohl er eigentlich härter ist. Also, Fragezeichen dahinter. Aber, man kann erst mal sagen, dass das hier nicht unbedingt ein Hinweis auf Hightech sein muss. Also, das einfach mal, man muss ja ehrlich sein, mal gucken, was ist denn sonst so möglich. Jetzt gucken wir uns aber andere Sachen mal nochmal an. Und zwar hatten wir auch sowas hier anschauen wollen. Und zwar Schnitte im Granit. Das sieht man hier jetzt auch schon. Also, hier sieht man relativ gut, dass hier irgendwie, der linke Teil ist natürlich unbehandelt, da ist nicht reingesägt worden. Rechts sieht es halt plattgesägt aus. Das kann man auch an anderen Stellen sich angucken. Hier nochmal einen Auszug aus einem anderen Video. Da sieht man eben auch hier im Gestein überall solche leicht gebogenen Rillen. Wenn man es hier sieht, überall eben so feine Rillen. Diese Rillen beschreiben eine oder haben eine Neigung, eben einen Bogen. So gesehen, das sieht man hier gleich auch am Ende relativ gut. Wo ist die Kante? Genau, bis hierhin wurde gesägt mit einem Werkzeug. Und diese Kante, die hier hinten ist, die ist eben leicht konkaver, sie ist leicht gebogen. Und aufgrund dieser Biegung, also ähnlich wie jetzt auch hier, hier sieht man es viel besser auf dem Foto noch, aufgrund dieses Radius, den man da jetzt abmessen kann, dieser Kurve, kann man drauf schließen, wie groß müsste denn sozusagen das Sägeblatt sein, welchen Durchmesser müssten das Sägeblatt haben, was außen eben so eine eine Neigung hat, so einen Bogen beschreibt. Ja, und da kommt man halt auf ein Sägeblatt, was 5,5 Meter Durchmesser hätte. Also, 5,5 Meter Durchmesser. Und, okay, jetzt sind wir halt bei der einen Sache gut, da per Hand kriegt man irgendwie noch die Bohrung rein, aber überhaupt ein Sägeblatt zu haben, was 5,5 Meter hat. Also, diese Neigung hier kriegt man ja auch nicht hin, wenn man irgendwie Bänder da durchzieht oder sowas. Also, dann wäre es ein gerader Schnitt. Also, hier ist irgendwas Rundes schon durchgegangen und wie gesagt, das passende Sägeblatt dazu wäre 5,5 Meter Durchmesser. Ja, und da kann man jetzt schon sagen, ist immer die Frage, wie definiert man denn Hochkultur, aber ein Sägeblatt mit so einem Durchmesser, das hat schon was. Das habe ich jetzt nicht irgendwie in meinem Keller stehen bei einer Handsäge oder sowas. Also, das ist schon enorm, wenn mit so einer großen Säge halt Steine geschnitten wurden. Also, wenn überhaupt so ein großes Sägeblatt irgendwie hergestellt werden konnte und dann wäre die Frage, aus welchem Material und wie hat das funktioniert, dass es angetrieben wurde und so weiter. Es stehen halt viele Fragen dazu. Ja, dann gibt es noch eine spannende Sache, wo man sehen kann, ja, das sieht doch eher nach Hightech aus und zwar am Sarkophag in der Königskammer. Da hatten wir auch mal reingeguckt in einem der letzten Videos und sind da kurz drauf eingegangen, dass am Sarkophag auch überall solche Linien waren. Also, die sieht man jetzt hier unten relativ gut. Hier sind solche Linien. Was aber hier viel interessanter noch ist, ich gehe noch mal zehn Sekunden zurück oder so, oder fünf. So, also jetzt kommen wir noch mal zu der, also das ist der Sarkophag. Jetzt sind wir hier an der Seitenwand des Sarkophags. Hier sieht man es jetzt noch nicht gut, weil er mit der Taschenlampe gerade noch frontal drauf scheint, aber man sieht dafür diese Längsrillen, dass irgendwie also reingearbeitet wurde, maschinell oder mit irgendeinem Werkzeug. Und was man jetzt sieht, wenn er die Taschenlampe neigt, dann merkt man, hier entsteht ein Schatten. Das heißt, mit einem Werkzeug wurde hier halt versehentlich sozusagen tiefer reingearbeitet. Was auch immer das jetzt ist, hier ein Zentimeter oder so was oder zwei Zentimeter, die jetzt irgendwie hier zu tief reingeschnitten wurde an dieser Stelle. Und ja, und man eben zu viel Stein abgetragen hat. Und da möchte ich mir mal vorlesen, was der Christopher Dunder so zuschreibt. Er sagt hier, wieder einmal liefert uns Petri einen Hinweis. Der beschreibt das nämlich hier. Also Zitat Petri, am nördlichen Ende des Sarkophags gibt es eine Stelle nahe der Westseite, wo die Säge zu tief in den Granit hineingelangt war und von den Handwerkern wieder herausgezogen wurde. Aber diesen neuen Anfang machten sie immer noch zu tief und zwei Zoll tiefer zogen sie sich ein zweites Mal zurück, nachdem sie mehr als 0,1 Zoll tiefer herausgeschnitten hatten, als sie beabsichtigt hatten. Genau, also er beschreibt hier irgendwie, was die da gemacht haben und sagt im Grunde genommen, also zum einen waren sie einmal 2 Zoll tiefer reingegangen und dann eben nochmal 0,1 Zoll tiefer. Was man eben hier gut erkennt, mit bloßem Auge merkt man es hier schon, okay, hier ist irgendwas reingesägt worden oder gefräst worden und so, was hier einfach zu tief gegangen ist. Jetzt müsste man sich fragen, wenn das Handarbeit war, bekommt man da nicht ein Problem? Warum? Christopher Dunn hat sich da wieder Gedanken gemacht und er schreibt hier, Petri nahm logischerweise an, dass die in der Pyramiden von Gize gefundenen Granitsärge vor dem Schneiden markiert wurden. Den Arbeitern wurde ein Leitfaden an die Hand gegeben, nachdem sie arbeiten konnten. Die Genauigkeit, mit der die Abmessungen der Särge angegeben wurden, bestätigt dies ebenso wie die Tatsache, dass irgendeine Art von Richtlinie notwendig gewesen sein wäre, um die Steinmetze auf ihren Fehler aufmerksam zu machen. Obwohl niemand mit Sicherheit sagen kann, wie die Granitsärgen geschnitten wurden, weisen die Sägespuren im Granit bestimmte Merkmale auf, die darauf hindeuten, dass sie nicht das Ergebnis von Handsägen sind. Jetzt wird es interessant. Er sagt, gäbe es keine gegenteiligen Beweise, würde ich vielleicht zustimmen, dass die Herstellung der Granitsärge in der großen Pyramide durchaus mit reiner Arbeitskraft und einem enormen Zeitaufwand bewerkstelligt worden sein könnte, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein Team von Steinmetzen mit einer neunfußlangen Handsäge so schnell durch den harten Granit schneiden würde, dass sie ihre Richtschnur überschreiten würden, bevor sie den Fehler bemerken. Also denken wir nochmal nach, vorhin die Jungs da, die hatten dann für ihren Zentimeter Bohrung da mit ihrem Rohr, wo sie die ganze Zeit drehen konnten, 40 Minuten gebraucht. Und Christopher dann sagt eben, Moment mal, das hier sieht aus, als wäre jemand abgerutscht mit einem Werkzeug und hätte halt zu tief gebohrt und nicht jemand, der irgendwie ein, zwei Stunden mit irgendwelchen Sägen gearbeitet hat und dann an der Stelle gemerkt hat, huch, da haben wir wohl die letzten zwei Stunden zu tief gesägt. Das fällt ja früher auf. Also das will er einfach damit sagen. Das hier sieht eher danach aus, jemand ist mit einem Werkzeug, was schneller gearbeitet hat, sozusagen in Anführungszeichen abgerutscht oder hat es deswegen nicht so schnell bemerkt, weil da ein maschinelles Werkzeug gebraucht wurde. Also diese Fehler weisen darauf hin, auf eine Technologie, die eingesetzt wurde. Ja und jetzt würde ich mal sagen, nach diesem Beispiel kommen wir zu dem wirklich verrücktesten Beispiel überhaupt. Und ich habe vorhin den Namen schon genannt und zwar Hans Jelitto. Der hat auch eine Webseite. Hans Jelitto Pyramidenforschung heißt die. Verlinke ich natürlich auch wieder. Also Dr. Hans Jelitto hat, ich lese mal hier vor, geboren 1955 in Hamburg. Nach dem Physikstudium in Hamburg und Bonn arbeitete er als Physiker in den Bereichen Kernphysik, Kernforschungszentrum Karlsruhe heute, Raumfahrt und ist am Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe der Technischen Universität Hamburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Also das ist schon mal interessant, Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe, das ist jemand, der zumindest auch Ahnung von Werkstoffen hat und Bearbeitung davon und so. und ja und er ist Hobbymäßig selbstständig so gesehen Pyramidenforscher. Also er ist jetzt kein Ägyptologe oder sowas, er ist jemand, der halt Physik studiert hat und Materialforschung macht und sowas beruflich. Ja, aber der hat was Verrücktes gefunden, was hier auf der Webseite zu finden ist auch. Also er hat mehrere Sachen, die wirklich krass sind. Ich möchte aber auf ein bautechnisches Phänomen hier heute eingehen und kann nur sagen, guck dir die Webseite an oder noch viel besser bestell dir das Buch von ihm. Pyramiden und Planeten heißt das. Relativ dicker Schinken, wo er auf astronomische Besonderheiten der Pyramiden eingeht und eben nochmal auch in aller Tiefe auf diese bautechnischen Besonderheiten. Ich werde es verlinken auch, das Buch, also unten drunter. Pyramiden und Planeten heißt das. Worum geht es jetzt aber? Bautechnisch. Er hat den Taltempel untersucht. Also bei der Pyramide, über die wir die ganze Zeit da so immer widersprechen, gibt es halt davor eine Tempelanlage, eine alte, der sogenannte Taltempel und beim Taltempel sind halt Mauern gebaut aus riesen Granitblöcken. Die sind echt, das sind riesen, riesen Klötze und diese Granitklötze hat er halt untersucht, weil eine Besonderheit bei diesen Granitblöcken ist, dass die ohne Fuge, kann man sagen, also ohne Mörtel wurden die aufeinander gesetzt und man sieht es einfach hier, dass die Fugen teilweise gar nicht zu erkennen sind, weil die Blöcke so genial aufeinander abgestimmt sind, also die sitzen so perfekt aufeinander, dass man die Fugen nicht mal erkennen kann. Das sieht man jetzt hier, ich mache das mal größer, das ist so ein Granitblock vom Taltempel, von der Seite fotografiert und er hat hier Millimeter Papier dazu gelegt und hier ist extra mit den weißen Pfeilen hat er hier die Fuge markiert, damit man überhaupt sieht, wo die lang läuft, also hier geht es nach oben zum nächsten Stein, hier geht es nach unten zum nächsten Stein. So, und was ihm da aufgefallen ist, da hat er halt hier mehrere solcher Fotos gemacht, ich öffne mal das nächste hier einfach nochmal, da sieht man es dann auch wieder, also hier Fuge, super dünne Fuge, kaum zu erkennen. Und was er sagt, ist, hier gibt es eine Kuriosität, und zwar Strukturen, die über die Fugen weiter gehen. also Granit sieht man hier, ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinen, deswegen ist der so bunt, sagen wir jetzt mal einfach. Und was man jetzt hier erkennt, ist, dass zum Beispiel dieser rosane Bereich, dass der hier oben weitergeht, also der fängt hier unten, aber dann über der Fuge, der geht sozusagen hier drüber. Oder hier haben wir einen schwarzen Bereich, und der geht oben über der Fuge weiter, der schwarze Bereich. Oder nehmen wir nochmal ein nächstes Bild von ihm, gucken wir da mal, da ist jetzt hier so die Längstfuge, da sehen wir auch hier schwarzer Bereich, schwarzer Bereich, hier, schwarzer Bereich, schwarzer Bereich, roter Bereich, roter Bereich, roter Bereich. Hier sieht man es noch besser, also hier wie gesagt wieder Millimeter Papier, das ist immer ein Millimeter und die Fuge hier ist halt also bei unter 0,1 Millimeter oder sowas. Und was man jetzt hier erkennt, hier zum Beispiel bei diesem zweiten schwarzen Punkt, da merkt man, die Fuge geht durch diesen schwarzen Korn, der da im Felsgestein ist. Jetzt muss man aber sich klar sein, das oben und das unten sind ja zwei Steine, zwei Blöcke. Damit kommt man zu zwei verrückten Punkten, also zum einen muss irgendwo im Steinbruch, wo man sozusagen diese Steine abgetragen hat, Asuan, wo man den Granit geschnitten hat, müssen die Steine da rausgeschnitten worden sein und im Taltempel, also dahin transportiert nach Gizeh und da dann halt wieder exakt exakt dass jetzt hier ein Millimeter so gesehen dieser Korn war zwei Millimeter das heißt wirklich Millimeter genau muss dieser Block wieder auf den Unterblock gesetzt worden sein, damit die Strukturen des Granits wieder genau übereinander liegen. Also wie jetzt hier bei diesem Korn, wie bei hier diesem roten Bereich, der darüber geht, hier der weiße Bereich. Ich kann nochmal das nächste wieder öffnen. Ich hatte ja einige solcher Beispiele. Also hier sieht man auch wieder, das weiße geht rüber, wo ist überhaupt die Fuge? Da ist die Fuge genau. Also dieser ganze rosane Bereich schließt sich hier an, geht darüber. Hier merkt man der weiße Bereich geht hier rüber, setzt sich da unten dann wieder fort. Ja, ist halt wirklich fast super schwer zu erkennen, weil die Fuge kaum zu sehen ist. Aber man merkt einfach diese bunten Flecken, die setzen sich unten von oben fort. Also die Blöcke wurden passgenau aufeinander gesetzt. Ja, und damit nicht genug, nehmen wir hier noch ein Beispiel. So, genau, hier haben wir auch wieder so einen roten Bereich, der hier oben irgendwie weiter geht. Hier ist die Fuge und ich glaube die geht hier auch wieder durch den schwarzen Korn hindurch. Wenn man sich das genau nicht, also ziemlich verrückt. Wie gesagt, so wie es aussieht nach seinen Fotos, nach dem was er untersucht hat, müssen die Granitblöcke millimetergenau nachdem sie transportiert wurden, wieder aufeinander gesetzt worden sein. Was aber noch verrückter ist, ist, dass bei diesen Strukturen, die hier sind, dass es danach aussieht, dass eine Schnitttechnik verwendet wurde, nicht mit einer dicken Säge, sagen wir mal so ein Sägeblatt hat jetzt irgendwie einen Millimeter Dicke oder sowas, oder was weiß ich, wie dick die sein müssten, die Sägeblätter, dann würde ja sozusagen etwas Gestein verschwinden, wo hineingesägt wird. Also dann wäre Stein verloren gegangen und wenn man die Blöcke dann aufeinandersetzen wollen würde, hätte man eben nicht diese Perfektion hier, dann wird das sozusagen sich verschieben leicht, naja, weil die Strukturen gar nicht mehr aufeinander passen können, es wurde ja was rausgesägt an Material, das ist immer, bei jeder Technik, die wir heutzutage haben beim Sägen, wird immer Material rausgetragen, also wird immer eine Sägekante reingeführt, logischerweise, und damit verschwindet Gestein. Und das hier, was er hier gefunden hat, sieht danach aus, dass eine Technologie benutzt wurde, dass Granit im Steinbruch voneinander getrennt wurde, ohne Säge, also wie auch immer dann, aber dass da halt irgendwie eine Trennung stattgefunden hat, sozusagen ohne einen sichtbaren Verlust von Material durch ein Sägeblatt. Und dann wurden eben diese Steine nach Transport wieder exakt so aufeinander gesetzt. Er beschreibt auf seiner Webseite das hier nochmal, zeigt es auch anhand von Bildern nochmal, wie er das genau meint, also jetzt hier das rechte Bild wäre, wenn man einfach zwei Granitblöcke nimmt und man setzt die aufeinander, dann hätte man bei der Fuge halt hier so Strukturen, die plötzlich enden an der Linie. Hät man eine schwarze Struktur und zack, die ist hier dann plötzlich abgeschnitten. Oder eine weiße Struktur und dann zack ist die abgeschnitten, weil da drunter halt kommt ein neuer Block, der hatte mit dem anderen Block eigentlich nichts zu tun, deswegen passen die Strukturen nicht zusammen. Was man im Taltempel sieht, ist aber eben hier, diese Fugen übergreifenden Strukturen. Also, dass da eben die Sachen sich über die Fuge hinweg fortsetzen und scheinbar ohne Materialverlust getrennt wurden. Ja, was sagt er hier abschließend? Man müsste das mal nachweisen, also er hat das eben durch die Fotos da jetzt versucht erstmal aufzuzeigen und was er hier schreibt, möchte ich mal vorlesen. Er sagt hier, diese Genauigkeit ist fast unglaublich. Warum wurde bei Granitblöcken mit mehreren Tonnen Gewicht und einer Genauigkeit von einem Zehntel beziehungsweise ein paar Zehntel Millimeter gearbeitet? Die Tatsache als solche wäre theoretisch erklärbar, indem die Granitblöcke sehr lange und präzise bearbeitet wurden. Mit welchen Werkzeugen? Fragezeichen. Das Phänomen der fugenübergreifenden Strukturen sollte es sich bewahrheiten, wäre allerdings nicht mehr zu erklären, weil wir selbst heute mit modernster Technik nicht gleichzeitig großflächig und derart verlustfrei schneiden können. Die Erklärung, die Baumeister hätten mit Hammer und Meißel oder mit Steinkugeln als Schlagwerkzeug bearbeitet, wäre damit völlig hinfällig. Ich sage es ungern, aber sollte das Phänomen bestätigt werden, würde es bedeuten, dass damals eine Hochtechnologie im Spiel war, die selbst heute unbekannt ist. Ja, wie kann man es prüfen? Ja, man braucht eine Erlaubnis von der Altertumsverwaltung, das ist das Schwierigste an sich, aber die Überprüfung ist leicht, sagt er hier. Eine wissenschaftliche Überprüfung ist relativ leicht möglich. Man braucht nur die Oberfläche im Bereich einer Fuge abzuschleifen und zu polieren, dann wären die Strukturen wie bei poliertem Mauerwerk eindeutig zu erkennen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Kernbohrung mit Hohlbohrer, man könnte einen zylinderförmigen Kern, der eine solche Fuge enthält, bohren und herausbrechen, um ihn dann in einem Labor zu analysieren. Genau, also da gibt es also Möglichkeiten im Grunde genommen, das zu prüfen. Ich weiß nicht, ob er da dran ist, hat er jetzt in dem letzten Interview irgendwie nicht drüber gesprochen oder nicht gesagt, aber das wäre natürlich super interessant, wenn man das mal machen würde, weil wenn man da jetzt bitte, dass der Hans Jelitto hier recht hat, dass man mit einer Technik Granit getrennt hat, die verlustfrei ist und die Blöcke aufeinander gesetzt hat, dass sie eben wirklich sogar fugenübergreifende Strukturen sichtbar werden, also Millimeter und passgenau, dann haben wir was eben mit dieser Schneidmethode, was es heute nicht gibt. da wären wir dann jetzt wirklich im letzten Nachweis für eine Technologie, die in bestimmten Punkten fortgeschritten war, nah war als heute. Für mich selbst ist hier immer so irgendwo dieser, dass ich mir denke, es kann sich auch mischen. Also man könnte ja vielleicht auch eine Zeit gehabt haben, wo bestimmte einfachere Methoden genutzt wurden, aber gleichzeitig auch bestimmte Hightech Varianten da waren, etwas zu verarbeiten. ist ja heute ähnlich. Also da hat vielleicht jemand dann eben eine normale Säge oder einen Lochbohrer und so und gleichzeitig gibt es aber irgendwie ganz krasse moderne Methoden wie zum Beispiel mit Ultraschall zu arbeiten. Also vielleicht muss man da einfach auch bereit sein, verschiedene Dinge mal in Betracht zu ziehen. Zumindest haben wir jetzt hier gesehen, in dieser Aufzählung, in diesem Video wollte ich einfach mal aufzeigen, man sollte in beide Richtungen kritisch sein. Also das mit dem Bohrkern, da sieht es tatsächlich so aus, dass man es eben mit einfachen Methoden nachmachen kann. Eine 5 Meter Durchmesser Säge ist schon schwieriger. Oder die Sache mit dem Granitsarkophag, dass da jemand abrutscht und dann mal eben mit irgendeinem Werkzeug da plötzlich zu tief reingeschnitten hat, so wie es aussieht, da wird es auch verrückter wieder. Oder jetzt ganz verrückt eben mit dem, was er hier aufzeigt in seinen Forschungen. Und wie gesagt, schau dir das gerne mal an, was er halt sonst so zu erzählen hat oder schreibt. Hochspannend. Für mich persönlich kann ich nur sagen, gibt es immer noch genug Argumente dafür. Gibt noch vieles anderes, was jetzt hier in dem Video überhaupt nicht aufgekommen ist. Vielleicht werden wir auf manche Dinge weiter eingehen hier in dieser Reihe. Für heute soll das erstmal als Stoff zum Nachdenken reichen. Vielleicht auch einfach Lust auf mehr machen. In den nächsten Videos, wie gesagt, werde ich da auch weiter drauf eingehen, auf die Thematik. Ja, was schreibt jetzt Christopher Dunt zum Beispiel über die Pyramide an sich? Wofür sollten die vielleicht gewesen sein? Wenn sie kein Grab war, gibt es eine Verwendung dafür? Kann man da irgendwas erklären zu diesem Bauwerk? Da werden wir weiter abtauchen das war spannend. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass du mit dabei warst. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich dann, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin wünsche ich erstmal eine wunderschöne Woche. Alles alles Gute und wie gesagt, freue mich dann schon aufs nächste Mal. Bis dahin. , bis bis bis